Das müssten wir alle machen. Der Kaiser! Ich muss den Dings als erstes umbringen. Oh! Dann hast du ja... Oh, oh! Wo ist der? Bring ihn um! Er hatte ein Einsehen damit. Oh mein Gott, der Schwanen-Typ ist echt tot. Ich hätte nicht gedacht, dass das noch ein paar Skill wird. Ach so, ich kann nicht mal mehr was machen. Lul! Nein! Nichts! Oh shit! Lul! Das versteckt... Stimmt, das versteckt mal. Ja, man kann nicht, da hätte der Satellitenschüssel einfach aufhalten. Ich hab den Typen wegen seiner leuchtenden Augen gesehen. Der sieht so ein bisschen aus wie du. Der hat auch die Farbe in dir geklaut. Man... Ich find's nicht so richtig. Der ist ja. Der stimmt! 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 Was? Ich bin der Farbe! Ja! So, perfekt! Ich stehe jetzt perfekt hinter der Satellitenschüssel, aber kann ich nicht sehen. Wenn er siegt, aber kann er nicht sehen, dass da jemand ist. Aber jetzt, jetzt wäre er voll. Nein! Ich glaube, ich muss hier jetzt campen. Ich hab keine andere Wahl. Ne, muss ich nicht. Hey, geil! Als Geist hast du trotzdem die Angst, wie nah du an dem Monster dran bist. Nein! Der war kurz bei mir, hat mich aber nicht gesehen. Ey, stimmt eigentlich. Vier mal Heiden ist aber trotzdem zu stark, finde ich. Hier. Man kann, wortwörtlich, von Laboratory zu Office. Ich wollt grad sagen, du möchtest sagen, man kann so von Miros zu Polos... ...seitig die Map wechseln. ... ... ... ... ... ... ... die die und mehr 475 ich hab mir 425 dann die letzte Ebenrunde die Eselrunde kann ich noch mal jetzt bin ich nicht nur mich an die LaFam kein Problem ich weiß gar nicht welche für 50 runden gewonnen als team und für 100 und 200 kills als monster ja bei mir sind wie gesagt 0 für beide steht man ist hier jemand hinten ja jetzt wollte ich mich auch mal hinter den satelliten schüsse verstecken hat mir der typ den weg abgeschnitten er so schwanen mann ist noch da und ich habe den auch schon schatten genannt ich hab den schon hüten genannt der ist jetzt eine ente, eine ganz, ein huhn und ein schwan wobei schwan noch mit am besten passt von den falschen sachen aber ist eine ganz, ja mann wo seid ihr ich hab sie nicht versteckt ich hab sie gerade geholt, ich konnte sie nicht ausfielen wenn es nicht so schlafen kleckt wir haben noch einen erwischt oh nein, ach shit ja der andere war auch da eine sekunde ja der lässt aber meistens nicht genug Zeit, als dass du da reinkommen kannst in den Cosmic Cube ist das Problem der farmt gerade Cosmic Cube ich hab sie gerade geholt, ich konnte sie nicht ausschieben, wenn es nicht so eine Schlange kleckt ja der ist Verräter ja der ist Verräter ja der ist Verräter die ist die Verräter man muss einfach am Anfang stehen bleiben, auf dem Wendor warum? weil der Impostor dann nie schaut, dass er bisher jede Runde funktioniert ja ich hab noch ne, oh mein Gott ich hab noch ne bessere Idee ich glaube ich pette meinen wie ein echter Horrorfilm wir beide wissen was zu tun ist ich hab überlegt ich glaub der kommt grad hoch ne, Schwammbop wir haben, wir haben gewonnen ey, das war alles zusammenwenden das war alles zusammenwenden das war alles zusammenwenden live is 9 gewonnen ich bin hochgekommen ey, ich bin der Einzige, der im Traum ist ich bin in dem fucking Wendt gejumped und dann einfach fiel äh ich bin die ganze draus wir müssen aber schnell hier rausgehen weil sonst startet ja eben wieder der Fernseher hey, wir sehen uns jetzt gleich wieder äh, leave game ich hab die ganze ich hab die ganze ich hab die ganze ja, weil gleich kommt so Wurstbahn die Wurstbahn die Wurstbahn auch ne weinen die Wurstbahn auch ne weinen oh shit diese ist ne gute volle Lobby Helmut Helmut oh oh ich frag mich wieviel Heids man hier hat ich bin gespannt, ob mir eine Einheit im Chat kommen würde es gibt nur ein Heid es gibt nur ein Heid komm, jetzt krieg die Schwammbop endlich mal deine ersten Kills in diesem Spiel ich bezweifle ja oh, ich hab einen gekillt ein Heid du hast deinen ersten Kill-Gen-Modus begangen ja jetzt gehts doch los hier oh, Alter jetzt gehts doch jetzt gehts doch ach, Wichser oh, sorry meinst du mich hier ne 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 ja weil Gott zwei gewendet sind auf einmal ja, ich bin tot oder, oh ne eigentlich nicht da waren Gott zwei die einfach am Wend gekämpft haben wie schnell ist es gelieft nachdem er nachdem er ich war auch mal durch mit dem Krämen als ich gewonnen habe bin ich gebannt worden aus dem Raum ich war aber aufpassen nicht, dass du gebannt wirst wenn du zu schnell bist ja ich hab halt einfach ich jetzt Glück nur Mann, wie die Erdbeere wenn man stimmt einfach so vergammelt auf dem Fußboden also wo ist die Ente? nein, die Ente sitzt oben und dann bitte bei Cafeteria hehehe oben bei Cafeteria iiiiiiii nee, das ist nicht die Ente ist das ist nur noch das ist nichts oh, ich hab's gesehen ja da sind auch noch so Fliegen die da waren ja oh, der Juke oh, das wird knapp da würde man so gerne was sagen aber man darf nicht ah ja na ja ich hab voll vergessen wo ist der? ja, das war alles war sehr gut aber und diese eine Person wo ist der? wo ist der? wo ist der? wo ist der? oh, schade Hacker, Bro oh, oh Hacker jetzt geht's ab oh, er wird jetzt er wird jetzt er wird jetzt drei Stück Steaker sein jetzt geht's ab ja jetzt geht's ab ja jetzt geht's ab ich glaub ich glaub die will ich jetzt vom Gegenteil überzeugen war schon gut vorgearbeitet ich hab ein Problem wo soll ich hin? ich hab gleich alles geleistet was ich leisten konnte ich hab gleich alles geleistet ich hab gleich alles geleistet ey, noch fünf Sekunden oh, Hacker, Bro ich... wie's aussieht er hat's nicht gehackt oh, nein ich bin die ganze Zeit über Headmill um den Tisch gerannt dann ist man so einfach in die andere Richtung gerannt das funktioniert aber wahrscheinlich auch nur nicht weil der Typ schneller ist als man selber, ne? ja, eigentlich schon aber der war zu kacke also ich bin immer schneller um die Kurven gekommen deswegen hat's doch funktioniert nur bis er dann in die andere Richtung gelaufen ist und ich das zu spät bemerkte ja, da ist noch jemand gerade über dem Tisch und versucht das wahrscheinlich auch ja, ja wo sind die? dürfen wir doch nicht sagen das ist Rhionite-Spiel fuck, das leckt, das leckt hör auf zu lecken, hör auf zu lecken tja boah, ich hab überlebt yippie Chino Chino-Packer ja, der hat nicht mit dem Mann der hat nicht mit dem Mann der hat nachts sich geriert unfair er hört sich sehr gefährlich an jih, was ist das denn hier für ne Scheiße? das haben die gar nicht umgestellt das haben sie umgestellt mit dem Sichtfenster, ja, ne? richtige Rotz man, warum? es ist eigentlich schon mal aufgefallen, dass die Immersion-Z-Button gesmashed ist ja ja das ist doch auch geil hab ich gar nicht drauf geachtet ja, ich bin der, ich bin der Erste, der gekillt wird warum? irgendwie, okay, der ist mir die hinterher gerannt weil, weil ich, weil ich mein, ich hab mein, ich hab mein, ich bin der Erste gekillt wird ich hab mein Wenn schon weg und ich war in der Gang, wo man nicht mehr rauskommt eigentlich Alter, ich bin... ich dachte schon, ich, ich dachte schon, ich überlebe das Alter, ich bin grad, literally so durch und durch gerannt jetzt liegt die gammelige Erdbeeren rum hier kommt ein Zocklo ah, was? oh, der, ich hab... so dumm, egal ich hab vergessen, dass ich nicht alles sehen kann mhm das wird mir nix bringen im Download, eh oh fuck Cookie-san mit den Juke Cookie-san ist er eingeschlafen oder wo ist er? ich hab den die ganze Zeit nicht mehr gesehen oh Hacker-bro oder? Scheiße, jetzt rennt er hier, ich werde nicht mehr rauskommen na oder? nee sch訂閱 Ich crafte ok, äh hier für die Trophäe äh... Wenn der Imposter es nicht schafft, alle Hiders zu finden. Ja, nice. Oder wenn der Imposter quittet oder disconnectet. Ja, geil. Und immer hoch. Ja, schafft er nicht mehr. Das passt. Ja, das passt. Außer wenn beide noch interpretiert sich. Ja, moin. Ja, moin. Ey, der Imposter ist jetzt auf. Das wäre so lustig. Nein, der kommt in die Luft. Ich nehme an, der ist nicht auf. Ich bin noch nicht mehr. Scheiße, scheiße. Nein. Alter, die Kill Range, man. Der hat verkackert. Der Tisch. Der hat verkackert. Nein. Gut.